Mal schauen, wie es jetzt die Runde so wird. Nur zweimal Torbjörn, ja. Hallo! Hallo! Angreifer in 30 Sekunden erwartet. So, dann frage ich mal, warum er jetzt auch Torbjörn meinte zu picken. Kommt mir nicht in die Quere. So. Oh, aber ich werde einfach schon mal wieder anruhen. Ja, ich bin eh schon, bin schon mitten dabei. Der ist ja schon mitten dabei. Na gut, ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Overwatch. Zusammen mit mir, mir am Rio. Und mit dabei natürlich wieder, das heißt natürlich, aber eigentlich schon irgendwie so ein bisschen. Eigentlich, also, ich wollte gerade sagen, hi, servus. Ich glaube, so Overwatch ist ja unser Ding. Und das haben wir, ich glaube, es gab nie so viele Togeathers wie in Overwatch bei mir da mit dir zusammen. Ja. Das ist wohl wahr. Haben wir auch eine Menge gespielt. Er hat wohl wahr gesagt. Wohl wahr. Achso. Werk mit dir. Ah ja, kommt dann noch mehr von euch. Und da oben ist ein Sniper. Macht Spaß, so Support zu spielen. Warum kann die denn eigentlich ganz oben stehen? Oh, lol. Das war ja bad. Ja, irgendwie bleibt es mir gerade die letzten Runden immer nicht erspart, Report zu spielen. Aber... Ah, da oben steht die ganze Zeit in Ganji jetzt hat es endlich mal weg. Ne, immer noch nicht. Wahnsinn. Die ganze Zeit steht da oben, Genji. Für den interessiert sich keine Sau. Ich habe ihn weggemacht. Ah, danke. Ein Genji. Da sind zwei. Ja, er überlebt's. Lol. Ja, das ist teilweise... Also, der andere steht da die ganze Zeit oben. Super nervig. Nein, nein, zwei sind jetzt draufgegangen gerade. Der eine, der ist runtergekommen mit seiner Ulti und ist dann auch verstorben. Schneller. So, nochmal das Ding da so mittig reinstellen. Ganz kacken Kreis. Ach, jetzt, ich hasse Sniper, aber wenigstens konnte ich ja samt Geschütz was wegnehmen. Das ist das Schöne bei Torbjörn. Man muss nicht selber viel können im Zweifel gemacht, wenn ab und an hilft einfach das Geschütz einem ganz gut. Ich frage mich auch, warum unser Sniper nicht deren Sniper einfach mal wegkanntert. Das wäre zu einfach. Meinst du? Ja. Nix, deswegen nicht macht. Ah, das habe ich. Schützt zu spät. Weil da hinten stehen, wo er jetzt steht, ist einfach viel cooler. Ich habe kein Leben mehr, die Tante, ne? Ich habe gerade eine volle Salve reingedrückt. Sag mal. Die ganze Arbeit, alles umsonst. Ja, wow. Ich liebe ihn halt. Oh, und da die Tussi. Also, ich werde hier von so vielen Fernsehkämpfern immer auf die Mangel genommen. Also, wir verstehen nicht, was bei uns hier unser Sniper. Und wir haben hier sogar zwei. Wir haben hier einmal hier Hanso und einmal hier Ding. Also, eigentlich sollte es nicht... Nicht mal einen Tank, ne? Das ist also schon wieder so ein richtiges, mega geiles Team. Aber der andere Torpian, der kommt doch gar nicht drauf, mal was anderes zu kicken. Komm schon. Ja, das war ja krass gut von ihm. Ja. Aber die Genjis sind auch so schlecht von denen, ne? Ja, Gott sei Dank. Die sind zwei gefühlt sehr nervig, aber... Also, haben die zweimal diese Woodermaker? Manchmal kommt es mir echt so vor. Ne, eine, eine, zwei Ganges. So, was kann ich immer gebrauchen. Drache sieht euch. Ich habe keinen Schraub. Komm schon, komm schon, komm schon. So, Sniper, Schlampe, weg. Nice. Der ist auch weg. Macht natürlich voll Sinn, da jetzt deinen Schraub reinzumachen. Das hat auch wieder voll viel Sinn gemacht. Wow. So, ich muss hier mal schnell ein bisschen Helf wiederholen, dass ich hier wieder ein bisschen im Saft stehe. Also, das ist gerade echt anstrengend. Oh, oh. Oh, komm schon wieder die Drache. Drache, Drache. Wir müssen jetzt erst mal hin. Ich habe keinen Schraub. Ultimative Fähigkeit ist bereit. Oh, wow. Das ist irgendwie... Was ist das für ein Spiel gerade? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Der einen hat keinen Bock mehr. Ragequid. War das der Genji, oder? Ja, ein Genji, ja? Ein Genji was. Ich glaube, er kommt jetzt ein McCree. Mach balance. So, schnell heilen, wenn McCree da kommt. Jetzt wird's massiv. So. Hihi. Direkt mal der einen Champion nehmen. Äh, ich nehme... Nehme ich jetzt mal Kindly. Man muss ja auch mal simpel bleiben. McCree schimpf in den Rücken geschossen, ey. Hinten angesneakt mit einem fetten Torpion. Lol. An dir kommt keiner vorbei. So. Okay, mittlerweile läuft's um Genji auch ganz gut. Leinert auch weg. So. Ich hab mal kurz eine Sniper ohne gequillt. Da kommen jetzt ein paar durch die Katakomben, ja? Scheiße. Ich hab mal kurz zum zum Mitleben. So. Ich muss mal schnell wieder heilen. Und dann geh ich einfach auch die Katakomben durch. Nicht genug Schraub. Ach nee. Nee, das gibt's so gar nicht. Warum charge ich nicht durch ihn durch? So schnell in ihn reingecharged und dann pinnt er mich. Egal. Übend ist es trotzdem gelaufen sein. Ja, das sollte... Sollte funktionieren. Das war jetzt ein schönes... Bin dann nochmal kurz auf den bronzenden Platz der Eliminierungen hoffentlich hoch vorgeschossen. Das war am Schluss. Ein bisschen zäh, aber es ging gut. Killsstreak von 16 hat gepasst. Bei mir war's, äh... Ja, dadurch, dass ich es gewechselt hab. Ja, der Schluss, da haben wir gut verteidigt. Also den hinteren Punkt. Boah, Kartoffel-Aim. Schlimmes Kartoffel-Aim. Boah, braucht die lange. Ja, das könnte ich sein. Ich bin noch schlechter. Das war richtig schlecht von ihr. Längste Killstreak. Ich bin mal wieder Ego. Ja, schade. Dein Punkt hat... Ach, mein ich, ja, das stimmt. Okay, beim nächsten Mal warte ich... Tut mir leid. Das tut mir jetzt echt leid. Da wollten sie mich sogar mal dafür belohnen, dass ich Support spiele. Ja, da habe ich dir recht. Ich hatte da... Beim nächsten Mal warte ich wieder. Na gut, das war's dann für heute. Tschüss. Ja, das war's dann. Vielen Dank.